Herzlich Willkommen zu Anwurf dem Handballmagazin Unser Ziel ist es den Amateurhandball in Hamburg und Schleswig-Holstein in seiner Bekanntheit zu steigern und zu fördern So etwas hat es noch nicht gegeben im Amateurhandball Jeden Montagabend berichten wir live aus unserem Office über den vergangenen Spieltag der Oberliga-Hamburg-Schleswig-Holstein, Hamburg-Liga und Schleswig-Holstein-Liga Heute waren wir leider noch schlechter, also ist jetzt sowieso banal Ja, so viel dazu, gut dass ich keine Wechselklamotten dabei habe, aber auch egal An insgesamt 26 Spieltagen orientieren wir in 26 Folgen alle 182 Partien der Oberliga-Hamburg-Schleswig-Holstein der Herren Jede Partie würdigen wir mit einer Zusammenfassung und erste Trainer- und Spieler-Stimmen direkt nach Spielende Außerdem berichten wir über das Topspiel aus den anderen Ligen Bereits am Freitagmittag widmen wir uns dem anstehenden Spieltag mit ersten Prognosen der Trainer und Mannschaften Wie seid ihr zufrieden mit der Saison, so generell gesehen? Also es war ja schon eine Berg- und Talfahrt, wir haben ja mehrfach immer oben angreifen können und haben es dann fertig gebracht die nächsten beiden Spiele zu verlieren um dann zu sagen, okay dann ist es das vielleicht mit dem Aufstieg gewesen Doch das war es nicht Erst am Dienstag ist der Spieltagszyklus beendet Dann stellen wir euch auf unserem YouTube-Kanal zu jeder Partie der Oberliga-Hamburg-Schleswig-Holstein der Herren eine Zusammenfassung mit ca. 10 Minuten online Außerdem stellen wir euch auch das Topspiel aus den anderen Ligen inklusive Trainer- und Spieler-Stimmen online Wir sind auf eure Unterstützung angewiesen Seit über 2 Jahren betreibe ich dieses Projekt und bekomme unglaubliches Feedback von euch Jetzt ist es aber an der Zeit einen Schritt nach vorne zu machen Lasst uns zusammen diesen Weg gehen, ich freue mich drauf Wir sehen uns mal, gut Untertitelung des ZDF, 2020